willkommen in duisburg hauptbahnhof aufgrund des ausfalls eines steuerwagens besteht ihr zug aus zwei lokomotiven der baureihe 101 einer an jedem ende der zug fährt gerade in den bahnhof ein und damit herzlich willkommen hier aus duisburg vom hauptbahnhof zu einer neuen folge train symbol 2 auf meinem youtube kanal ich freue mich sehr dass ihr wieder mit dabei seid wir fahren eine weitere runde mit der baureihe 101 die gestern frisch erschienen ist könnt ihr im steam shop kaufen für im moment 12 euro 59 kostet eigentlich 13 99 aber ist im moment noch zehn prozent reduziert zum release club geht glaube ich noch bis 28 april und dahinten kommt sie auch schon eingefahren so kann man natürlich auch das ganze kaschieren dass kein steuerwagen dabei ist er ist einfach ausgefallen so kann man das natürlich auch nennen aber nun gut soll uns nicht weiter stören da kommt das gute schmuckstück sehr schön ist gleich was ganz anderes wenn ihr so ein vollzug natürlich kommt als wenn ihr so ein kleiner betriebwagen einfährt wir fahren heute schnell gucken den intercity 23 48 wie gesagt nach bochum hauptbahnhof über essen hauptbahnhof steigen wir mal ein und legen los einmal hier den richtungsschalter rein warum ist der eigentlich draußen obwohl der zug gerade erst eingefahren ist das muss man auch mal erklären einmal die türen entriegeln war richtig was los hier am bahnhof scheint gerade ausgangssperre zu sein nein quatsch eins vorneweg wir werden das ganze ohne pzb fahren ich habe nämlich das ganze schon probe gespielt und leider hat das überhaupt gar nicht geklappt ständig habe ich zwangsbremsen bekommen ich weiß nicht warum hier vorne gleich bei der ausfahrt ständig zwangsbremsen 90 darf ich fahren und bei knapp 40 km h habe ich jedes mal zwangsbremsen bekommen ich habe keine ahnung manchmal war es bei 38 dann war es bei 42 km h ich weiß es nicht weil wir haben hier auch grün 90 km h da war auch kein magnet ich habe leider keine ahnung woran es lag die türen wieder zu kommt die s-bahn eingefahren und wir können loslegen einmal lösen einmal auf vorwärts ein bisschen licht hier noch anmachen so und dann geht es los nach essen hauptbahnhof dort sollen wir in knapp elf minuten ankommen ich denke das ganze kriegen wir hin dann kommt gleich die nächste s-bahn das scheint auf jeden fall mehr betrieb zu sein herrlich so bisher gefällt mir wirklich das ist ein klasse add-on bisher und wie ich ja gestern schon sagte erst mal schnell ähm die afb anschalten afb 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 genau und hier mussten wir erst 200 und dann glaube ich anmachen afb 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 Ja, sowas wäre halt echt mal geil. Oder Raum Hannover. Das wäre wirklich ziemlich schön. Oder Berlin könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich bin mir sicher, da wird im Hintergrund schon gearbeitet. Ich persönlich mag ja Intercities viel lieber als ICEs, weil sie halt noch lockbespannt sind. Es ist halt was komplett anderes. Ein Zug mit einer Lokomotive vorne dran ist für mich ein Zug. Und wenn da nur Triebköpfe oder Steuerwagen dranhängen, dann ist das für mich eigentlich die Definition Zug. Ja, aber da streiten sich auch die Geister. Die einen haben das lieber, die anderen das. Und es ist ja auch schön, dass es da so ein bisschen Abwechslung gibt. Und für jeden was dabei, das passt schon. Um nochmal kurz auf den Preis zurückzukommen. Es ist definitiv gerechtfertigter als zum Beispiel die Strecke mit dem TGW. Die LGW Mediterran. Da fährt man quasi nur von A nach B mit dem TGW. Und es kostet 30 Euro. Und hier hat man dann eine Lok mit Wagen. Die Wagen lockern halt die Spielwelt auch auf. Dann haben wir ICE. ICE, dann Intercity haben wir jetzt. Dann haben wir die Doppelstockwagen. Wir haben viele verschiedene Lokomotiven. Dank den ganzen Modern auf dem PC ja zum Glück auch. Man kann eigentlich mal ein Stück schon runterstellen. Ist eh viel zu früh dran. Dank den Modern ja auch auf dem PC mit verschiedenen Lackierungen. Und das lockert die Spielwelt auf. Man kann das Ganze auch auf den anderen Strecken fahren. Gut, kann man den TGW jetzt auch. Aber der kostet halt 30 Euro. Und da kann man wirklich nur einmal mit Highspeed von A nach B fahren. Mehr ist es dann nicht. Und dann finde ich das hier schon auf jeden Fall vom Preis her besser. Und auch aus dem Umfang her geht. Ja, die Strecke Hamburg-Lübeck. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Die haben halt wieder die Doppelstockwagen benutzt. Die es auch auf der Mainz-Bessart-Bahn gibt. Dazu die 112er. Das ist ja eigentlich nur eine ungebaute 143er. Ja, man weiß nicht, was man davon halten soll. Ist jetzt auch landschaftlich nicht so das Geilste, da oben in Schleswig-Holstein umzufahren. Im Flachland. Tja, so geile Strecken. Naja, war schon nicht die beste Strecke im Train-Simulator. Aber nun gut, wenn sie zumindest die Baurei 218 mitgeliefert hätten. Das wäre natürlich richtig genial gewesen. Aber, tja. Dann auch die 185er Recycled MRCE-Design. Naja. Dafür Games halt. Das darf man dann auch mal sagen und auch einfach mal ansprechen. Und bremsen mal manuell. Essen Hauptbahnhof. Ja, pünktlich wie die Deutsche Bahn sagt man doch so schön. Pürfreigabe, Pürfreigabe, Pürfreigabe. Perfekt. Einmal die Tür auf. Schön. Jetzt wollte ich noch mal schnell was gucken. Ob sich hier die Anzeige auf dem Wagen geändert hat. Ja. Sehr geil. Also das ist auch wirklich was richtig Tolles. Dass wir jetzt hier wirklich so eine Anzeige haben. Die sich dann auch wirklich verändert. Finde ich absolut, absolut top. Ruhezeit stimmt auch. Datum stimmt nicht. Aber nur gut. Das finde ich schon wirklich richtig top. Das gefällt mir sehr gut. Ich kann hier noch mal ein Bild klipsen. Schön im Sonnenschein. Einmal so. Einmal so. Ich brauche ja auch ein Titelbild für das Video. Aber wir müssen hier noch warten. Dann passt es so. Sogar keine Zeit verschwendet. Mal mit der Bremse lösen. So. Tür zu. Schließvorgang eingeleitet. Und dann geht es weiter nach Bochum. Oder auch nicht. Hallo. Ah, okay. Die elektrische sollte man dann auch noch lösen. Und dann passt das Ganze auch. Jetzt fahren wir in die richtige Richtung. ASB, ASB, ASB. Auf zur Serie nach Bochum. Ha, ha. In neun Minuten. Ah, in der City entgegengekommen ist uns bisher noch nicht. Ah, ich werde da auf jeden Fall noch mal ein schönes Szenario basteln. Auf der Strecke München-Augsburg oder Köln-Aachem. Könnt man mal schreiben, was ihr lieber sehen wollen würdet. Und dann legen wir da mal ordentlich los. Im Fernverkehr. So, einmal 130 bitte. Ich bin da wirklich überzeugt. Es steckt so viel Potenzial in diesem Spiel. Man muss es nur wirklich über die Jahre schon so oft über den Train-Simulator gesagt. Der ist ja nicht rausgekommen und hatte all das Rollmaterial und all die Strecken, die er jetzt hat. Das hat sich ja über ein Jahrzehnt alles aufgebaut. Natürlich ging das da alles etwas schneller. Da kommt die nächste S-Bahn. Ich wollte mal gerne Inter-City sehen, der uns entgegenkommt. Oder die ICE. Das hat sich natürlich da trotzdem über ein Jahrzehnt aufgebaut. Und jetzt im Train-Simple 2. Wir haben ja jetzt schon einiges an Rollmaterial. Zum Glück jetzt auch mal ein bisschen was in anderen Farben. Im Fernverkehr haben wir jetzt zum Glück ja auch endlich. Wir haben sich ja im ersten Teil so viele gewünscht, dass endlich mal Fernverkehr kommt. Jetzt haben wir Inter-City und ICE. Ich würde mir noch andere ICE-Klassen wünschen. Den ICE 1, 2, den 4er vielleicht noch. Und ja, schauen wir mal, was da noch so alles kommt. Ich bin echt gespannt, was uns im Laufe der Jahre noch so erwarten wird. So, ziehen wir mal auf auf 160 und düsen mal nach Bochum. Nein! War auch dieser Vergleich, Train-Simulator gegen Train-Simulat. Ich finde das immer ein bisschen schwierig, weil der Train-Simulator ist da natürlich ganz anders von Anfang an ausgelegt gewesen. Da konnte jeder von Anfang an, jeder Drittanbieter konnte Streckenräumaterial bauen, alles. Das hatten wir jetzt in Train-Simulat 1 überhaupt gar nicht. Ich glaube, die Baurei 204 war dann am Ende, kam die noch in Teil 1, Jana, war dann am Ende die erste Baurei, die ein Drittanbieter bauen durfte. Und das ist ja jetzt erst mit dem zweiten Teil so langsam gekommen. Und ja, der Train-Simulator war da von Anfang an ganz anders aufgestellt. Es soll wohl auch viel schwieriger sein, für den zweiten Teil Sachen zu bauen, zu produzieren, weil hier ganz andere Grafikanforderungen natürlich auch da sind. Ihr dürft nicht vergessen, in Train-Simulator spielt man den Lokführer und in Train-Simulator spielt man halt wirklich den Zug. Da kann man nicht aussteigen, so wie hier. Als ich das gespielt habe, ging das nicht. Und hier ist man ja wirklich die Figur, der Lokführer. Und da ist das Ganze natürlich viel schwieriger zu modden, besser gesagt zu entwickeln und zu produzieren. Gerade weil hier auch viel mehr Details zu sehen sind und auch viel mehr Details dann auch in der Entwicklung achtgegeben werden muss. Ja, das ist der Hauptgrund, warum das in Train-Simulator halt alles ein bisschen langsamer von der Hand geht. Wir hatten hier in München, Augsburg kam im Oktober raus und jetzt im April, wenn nicht sogar Anfang Mai erst, kommt die nächste deutsche Strecke. Das ist ja ein halbes Jahr, was dazwischen liegt. Und da kommen die Strecken natürlich in Train-Simulator etwas schneller, etwas kürzerer Abfolge. So, wir dürfen jetzt nochmal, machen wir auch. Wir haben nämlich noch knapp vier Kilometer, die wir 160 fahren dürfen. Und das sollten wir auch tun, damit wir pünktlich kommen. Sonnenblende kann man natürlich auch wieder benutzen. Ich habe es dunkel gemacht. Sieger. Ja, was mit der PCB hier am Anfang los war, keine Ahnung. Wenn ihr das Szenario selber gespielt habt, könnt ihr mir mal schreiben, ob da bei euch auch irgendwie Fehler waren oder ob das alles geklappt hat. So, jetzt machen wir die AFP mal aus. Das heißt, wir bremsen mit der AFP noch runter auf 120 und dann machen wir die aus. Und rollen in Bochum ein. Und rollen in Bochum ein. Oh, das Signal 62. Das ist auch ziemlich zügig. Aber das schaffen wir noch. Ganz schön unrealistisch, das Spiel. Ich bin nämlich viel zu pünktlich. Nix los hier am Bahnhof. Scheint wirklich Ausgangssperre zu sein. Welchen Sinn hat das eigentlich, wenn ich bei 30 kmh angekommen bin, dass er mir immer sagt, die Tür muss freigegeben werden. So, ich bremse lieber ein bisschen früher. Zu spät, komm schon. Komm schon. Das einfach nur als Erinnerung. Bitte nicht vergessen. Warten Sie bis 16.04 und drei Sekunden. Warum? 16.40, ich meine. Okay. Duisburg, Essen, Bochum. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkant. Natürlich, mache ich. Gar kein Problem. Abgesperrt. Einmal auf Aus. Aus. Okay, das war's. Wäre cool gewesen, nochmal zurückzufahren. Würde sich ja auch anbieten. Okay, wie habe ich denn abgeschnitten? Zu schnell war ich auf jeden Fall nicht. Ja, Gold. 4.755 Punkte. Schön. Hat wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, euch genauso. Und ja, mal schauen. Ich werde jetzt mal ein eigenes Szenario basteln und dann fahren wir mit der Lok auch mal auf einer anderen Strecke. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Alles kostenlos. Dann verpasst ihr keine weiteren Videos in der Zukunft. Und ich bin raus. Und danke für eure Aufmerksamkeit. Ciao, ciao.